Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Auch heute Abend habe ich mich wieder eingefunden über Skype verbunden mit zwei Brüdern in Christus in Deutschland, der eine Viktor in Hamburg, der letztens nochmal dieses Buch hinter den Diktatoren ganz wunderbar übersetzt hat und dessen Lesung wir jetzt endlich abgeschlossen haben und was mir unglaublich viel gebracht hat, wofür ich mich auch nochmal bei Viktor herzlich bedanken möchte, um das zu machen. Und er ist dann eben auch ein wunderbarer Begleiter dieser Lesung hier, die wir heute wieder vorhaben. Das ist heute die 34. Lesung aus dem Buch von Karl Theodor Griesinger über die Jesuiten und ihren Orden und zwar die offene und verborgene Wirksamkeit ihres Ordens von der Aufrichtung des Ordens bis heute. Das heißt 1866 bis 1872, wo der Griesinger diese zwei Bände, dieses Buch geschrieben hat. Und der andere, der uns begleitet, ist Michael an der Grenze zu Niederlande und ich möchte Sie alle beide kurz begrüßen und dann können wir auch gleich ohne weitere Zeitverzögerung in die Lesung eingehen. Herzlich willkommen, Michael und ich hoffe, es geht dir gut. Ja, hallo allerseits. Heute Abend jetzt die 34. Lesung, kann das sein? Vom Buch Griesinger. Und der Herr Griesinger ist natürlich jetzt der absolute Spezialist, wenn es um die deutsche Geschichte der Jesuiten geht. Von daher für uns, besonders im deutschsprachigen Raum, sicherlich eine totale Koryphäe neben Arthur Böntling und anderen. Aber ich denke, das ist auf jeden Fall der Lesung wert, dass wir da ein bisschen mehr über unsere eigenen Wurzeln gesagt bekommen, als das, was nur in den Schulbüchern steht. Und ich denke, der Victor aus Hamburg ist auch meiner Meinung, oder? Ja, da schließe ich mich doch auch an und denke auch, dass wir uns hier mit einem Werk beschäftigen, das so seinesgleichen sucht. Und deswegen bin ich auch sehr froh, wieder mit euch jetzt heute zusammen verbunden zu sein, um jetzt die abschließenden, die letzten Seiten, sage ich jetzt mal, des letzten Buches im zweiten Band mit euch zusammen zu lesen. Um natürlich auch so ein bisschen, ja, nochmal rauszuhören von dem Herrn Griesinger, wie er denn das so auch wahrgenommen hat. Weil zu der Zeit, das 19. Jahrhundert, hat ja der Herr Griesinger auch noch gelebt und das Werk ja verfasst. Und ja, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, wie es weitergeht. Er hat es in einer sehr spannenden Zeit verfasst, nämlich in der Zeit, als dann so ungefähr das Deutsche Reich damals durch Bismarck gegründet wurde. Das ist ja eine sehr bewegte Zeit auch gewesen. Und der Arthur Böttling, den Michael kurz angeführt hat, der hat da ja auch ein tolles Buch drüber geschrieben, über, wie heißt das wieder, Bismarck und das Deutsche Reich oder irgendwas in der Richtung, wo ich ja auch schon mal dringelesen hatte, wo ich den Auszug über die Jesuiten dringelesen habe, der ja auch in dieser Abspielliste hier zu finden ist, diese fünf Videos, die Jesuiten und das Deutsche Reich von Arthur Böttling. Aber im Augenblick beschäftigen wir uns hier in dem Buch von Karl Theodor Griesinger nicht mit Deutschland, sondern wir beschäftigen uns mit den Vereinigten Staaten. Da hatte ich ja letztes Mal auch was Kommentare drüber gegeben. Ich habe dann auch beschlossen, das Video von der letzten Sendung heute hochzuladen, am 31. Januar, auf meinem Hauptkanal. Habe ich auch gemacht. Hat inzwischen schon knapp 300 Klicks bekommen. Ich habe das nochmal gemacht, um extra Werbung für diese Lesung zu machen, dass noch mehr Leute sich auf diesen Kanal abonnieren und diese Lesung von Griesinger verfolgen, die ich, genau wie meine beiden Brüder, die mich hier begleiten, unglaublich wichtig finde, weil der Theodor Griesinger hat eine Einsicht in die Geschichte von damals, wie wir heute selten Menschen treffen, die sie haben. Nun, diesen großen Absatz hier mit dem gelben Weil, wo ich anfangen werde zu lesen, hatten wir schon gelesen, zum großen Teil mit dem Amerika, mit dem offenen Feld. Ich lese es halt jetzt nochmal, um uns einzustimmen in die Lesung, aber ich werde keine Kommentare mehr geben, weil das hatten wir letztes Mal in der Sendung gemacht. Wir fahren also fort auf Seite 381, wie ihr seht, von 419 Seiten. Wir sind also nicht mehr so weit vom Ende des Buches entfernt. Und hier schreibt der Autor, weil nämlich diese freie Gesetzgebung der Nordamerikanischen Union nicht bloß jeder Religion, sondern auch jeder religiösen Gesellschaft erlaubt sich, überall, wo sie will, auf dem ganzen Vereinigten Staatengebiet niederzulassen, So säumten die Herren Jesuitenpatris nicht, sich nach ihrer Wiederherstellung durch den Papst auch ein wenig in diesen Teile der Welt umzusehen, ob sich nicht vielleicht dieses oder jenes für ihren Orden machen lasse. Und siehe da, sie fanden, dass ihnen ein großes Feld zu bearbeiten offen stehe. In aller Stille schickte also Pater Rothaner, der Jesuitengeneral, zu Rom eine Mission nach der Union und dieselbe schlug erstmals ihr Quartier in dem fast durchaus katholischen Maryland auf. Maryland, da lesen wir in einer kleinen Fußnote, alles Land an der Chesapeake Bay zwischen Pennsylvania, also Pennsylvania oder Pennsylvania in Deutsch, Delaware und Virginia oder Virginien, schenkte anno 1632 König Karl I. von England an seinen Günstling Lord Baltimore. Und von dem lernen wir noch eine ganze Menge in Herrscher des Bösen und noch mehr in The Ark and the Dove von J. Moss Ives. Und dieser, ein eifriger Katholik, nannte es zu Ehren der verstorbenen Königin Maria Maryland. Und das schreibt der Autor hier und da verweise ich ihm ein wenig nicht gut seine Recherchen gemacht zu haben, denn es wurde benannt nach der Himmelskönigin, der sogenannten Jungfrau Maria, wie sie in der römisch-katholischen Kirche verehrt wird. Und deswegen heißt es Maryland. Das ist esoterisches und exoterisches Wissen. Also innere Lehre und äußere Lehre. Natürlich kann man nach außen lernen, dass man es der Königin Maria nennt, die damals an der Regierung war oder kurz vor König Karl I. an der Regierung war. Die war ja, oder später, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wann die Mary da an der Regierung war. Es gab so viele Marias in England. Jedenfalls, die äußere Lehre, dass man das der Königin Maria widmet, das ist in Ordnung. Aber von einem wie Griesinger erwarte ich, dass er auch die innere Lehre uns mitteilt, dass das eben eigentlich an der Himmelskönigin war. Bei allem, was ich bei dem Griesinger Buch so gut finde, ich finde, dass seine biblische Lehre absolut ein bisschen zu kurz kommt bei diesem ganzen Buch. Und gerade hier ist so eine Gelegenheit, um eben auch mal eben das aufzugreifen, das Maryland, Maria-Land, so wie es auch heute in den USA noch kennen, eben nicht basiert auf Namen der ehemaligen Königin Maria von England, sondern basiert auf der Himmelskönigin, von der wir in der Bibel lesen, im Buch von Jeremia, Kapitel 7, 1 und Kapitel 44, 4 Mal. Wie aber König Karel, fährt der Auto in der Fußnote fort, von den Puritanern ermordet war und in England alle Katholiken mit Feuer und Schwert verfolgt wurden, konnten diese Letzteren nicht genug von Glück sagen, dass über Meer drüben ein Maryland existierte, denn dasselbe wurde ihnen sämtlich zum Asyle und so zum Zweiten Vaterlande. Daher kommt es, dass dieser Staat eine vorzugsweise katholische Bevölkerung hat. Es gab zur Zeit 1776, der Gründung der Vereinigten Staaten, zwei Staaten, die katholisch waren, das war Maryland und Pennsylvania, also Pennsylvania, haben wir oben auch schon gelesen, und die Bevölkerung war 1,8 Prozent von der Gesamtbevölkerung war römisch-katholisch, der Rest war protestantisch. Und auch mit der Aussage des Autoren hier, dass er sagt, dass König Karel von den Puritanern ermordet war und in England alle Katholiken mit Feuer und Schwert verfolgt wurden, dem schließe ich mich nicht an. Das ist leider eine beinahe katholische Aussage, um so etwas zu machen. Da sollte man ein wenig tiefer in die Geschichte des englischen Staates in der Zeit eindringen und dann erkennen, dass das so nicht wahr ist, wie der Autor das hier schreibt. Aber das jetzt auch noch zu besprechen, das würde hier zu weit gehen. Wie gesagt, wir behalten hiervon, dass alles Land an der Chesapeake Bay zwischen Pensylvanien, Delaware und Virginien schenkt 1632 König Karel dem England geschenkt wurde an Lord Baltimore und der dieses Land dann halt Maryland nannte, um die Königin des Himmels damit zu ehren. So, also, in aller Stille schickte also Pater Rotan, der damalige General der Jesuiten zu Rom, eine Mission nach der Union und dieselbe schlug erstmals ihr Quartier in dem fast durchaus katholischen Maryland auf, wo selbst sie von einigen reicheren Pflanzern aufs lebhafteste befördert wurde. Übrigens, darüber kann man auch mehr lesen in dem Buch The Ark and the Doth. Bald war eine Erziehungsanstalt gegründet und da dieselbe von den Söhnen bemittelter Eltern sehr stark benutzt wurde, so folgten ihr eine zweite, dritte, vierte und fünfte. Wie Pilze schossen sie aus dem Boden. Auch flossen die Mittel reichlich genug. So reichlich, dass der Orden sich nach einem Jahrzehnte schon imstande sah, auch in anderen Staaten, in denen eine katholische Bevölkerung sich geltend zu machen, anfing, Niederlassungen zu gründen. Somit wagte er es am Ende sogar im Herzen der Union, in Georgetown, der zweiten Stadt des Distrikts von Kolumbia, ein Kollegium zu errichten, das es in Beziehung auf seine Ausstattung und Größe kühnlich mit jedem anderen College in den Vereinigten Staaten aufnehmen konnte. Heutzutage ist diese Georgetown-Universität die angesehenste Jesuiten-Universität in ganz Amerika. Ursprünglich wurde sie errichtet von John Carroll, einem Jesuiten, der 26 Jahre in St. Omer hauptsächlich ausgebildet wurde. Aber da kommen wir tiefer darauf zu sprechen in dem Buch Herrscher des Bösen. Hier fliegt der Griesinger dann nur kurz drüber. Kurz, sagt er, die Söhne Loyolas brachten es nach und nach zu einer bedeutenden Macht in Nordamerika. Und da die Zahl der dortigen Katholiken hauptsächlich durch die starke Einwanderung von Irland nach und nach auf mehr denn 5 Millionen Köpfe angestiegen ist, so darf man mit Bestimmtheit voraussetzen, dass ihr Einfluss dort noch immer mehr steigen wird. 5 Millionen, das klingt natürlich jetzt für die meisten Leute, die heutzutage Amerika kennen, nicht viel. Nur dazu müssen wir wissen, in 1776, also dem Moment der Unabhängigkeitserklärung der 13 Kolonien von England, war die Bevölkerung in den Kolonien ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen in total. Von diesen zweieinhalb Millionen war knapp 2% katholisch. Also wir sprechen hier noch nicht mal von 50.000 Menschen, deutlich drunter sogar, weil ich habe noch andere Zahlen gelesen von sogar nur 1%, die damals katholisch waren. Also zwischen 25.000 und 40.000, würde ich mal sagen, waren katholisch zu der Zeit. Aber wenn man dann bedenkt, dass in der Zeit, wo der Griesinger das Buch jetzt schreibt, Mitte des 19. Jahrhunderts, auf einmal mehr als 5 Millionen Köpfe römisch-katholisch sind, Das ist eine wahrlich beinahe exponentielle Steigung, die hauptsächlich zu danken ist an die Einwanderungspolitik des Generals Rothahn und des nachfolgenden Generals Becks, die alle beide dafür gesorgt haben, dass Amerika mit Katholiken überflutet wird. Und das ist genau das, was heute in 2019 auch passiert. Das ist genau der Grund, weshalb da in Amerika diese Debatte geführt wird, Mauer bauen oder nicht mit Mexiko. Das ist natürlich alles Theater, was da gespielt wird. Aber was kein Theater ist, ist, dass diese mexikanischen Einwanderer oder die überhaupt lateinamerikanischen Einwanderer in die Vereinigten Staaten von Amerika, das sind alles Infiltranten, das sind Invasoren, das sind nämlich römische Katholiken, die in ein normalerweise protestantisches Land einfallen, um dieses Land eben in kürzester Zeit politisch komplett umzudrehen. Das haben sie hier im 19. Jahrhundert schon gemacht und das beschreibt der Krisengehalt mit den 5 Millionen hier. Möchtest du noch mal sonst ein paar Zahlen direkt haben? Die habe ich jetzt gerade so griffparat. Ja, bitte, mach mal. Also 1787 gab es in Amerika schätzungsweise 2,5 Millionen Einwohner. Und von denen waren 16.000 oder gab es 16.000 Katholiken in Maryland, 7.000 in Pennsylvania, 1.500 in New York und 200 in Virginia. Also 25.000, wie ich gesagt hatte erst. Ja, das ist jetzt aus Herrscher des Bösen, ja. Ja, das ist 1%. Ja, ich hatte noch eine andere Quelle mal gelesen, wo gesagt war, dass es 1,8% waren und dass 0,2% andere Glaubensrichtungen hauptsächlich Juden waren. Also 1,8% Katholiken, 0,2% Juden und der Rest Protestanten. Aber danke für die Anfüllung, Herr Viktor. Das ist sehr interessant, dass du diese Zahlen hier gleich eben mit reinbringst. Das bestätigt ja auch mehr oder weniger das, was ich gerade gesagt habe. Danke dafür. Also, lesen wir weiter, nachdem wir diese Sache jetzt bestimmt haben. Nur dürfen sie nie versäumen, sagt der Autor, mit diesem ihren Einfluss nicht offenbar hervorzutreten, die weil sie sonst den Hass der noch immer übermächtigen Puritaner herausfordern würden. Und weil dieser Hass, wenn er einmal seinen Gipfelpunkt erreichte, ganz gewiss keine Ruhe hätte, als bis die sämtlichen Jesuiten nebst allen ihren Anstalten vollständig vertilgt und vernichtet wären. Wie gesagt, ich kann euch nur anraten, das Buch The Ark and the Dove von J. Mos Ives zu lesen. Ich nehme nochmal eben das Bild hier mit bei. Von The Ark and the Dove. Das ist englisch, das ist geschrieben von einem Katholiken für Katholiken, aber nichtsdestotrotz ein unglaublich wichtiges Buch. Man liest darin unter anderem den Briefwechsel, den der Jesuit John Carroll, der Georgetown errichtet hat, in der der erste katholische Bischof in Amerika wurde, nämlich in der Diocese von Baltimore. Man liest da unter anderem darin, wie er einen Briefwechsel hatte mit dem Papst, in dem er deutlich sagte, dass die amerikanisch-katholische Kirche eine amerikanisch-katholische Kirche und keine römisch-katholische Kirche sein kann, weil sonst der römische Katholizismus in Amerika nicht überleben würde. Dieser Briefwechsel und diese ganzen Dinge, die da umweigen, steht alles beschrieben in diesem Buch, The Ark and the Dove, vor allen Dingen am Anfang, weil die Bücher sind ja gelandet, die Bücher, die Schiffe sind gelandet in Amerika oder in den Kolonien 1634, also Anfang des 17. Jahrhunderts. Und es wird sogar davon berichtet, wie bei dieser Überfahrt der Schiffe die Katholiken in dem Schiff und auch die Jesuiten, die dabei waren, ganz deutlich darin unterrichtet wurden, ja, keine Dissertation, Diskussion, Disputation mit den Protestanten einzugehen, ein sehr verdecktes Leben zu führen und sich ja nicht auf irgendwelche Diskussionen mit den Leuten einzulassen, sondern dafür zu sorgen, dass man den Katholizismus mehr oder weniger unter der Decke versteckt. Weil die wussten ganz genau, wenn wir da reingehen und wir werden erkannt als das, was wir sind, dann machen sie uns alle, mehr oder weniger. Ich sage das jetzt mal so in diesem groben Ton. Jemand, der die Möglichkeit hat, Englisch zu verstehen und dieses Buch zu lesen, The Ark and the Dove von J. Mos Ives, dem kann ich nur anraten, besorgt euch das Buch und lest es. Tom Fress hat es gelesen in Inquisition Update. Ich meine 2010, Beginn 2010. Man kann auch in die Archive gehen von First Amendment Radio und kann sich das dann da runterladen und anhören. Es ist absolut wichtig für das Geschichtsverständnis neben Herrscher des Bösen, um dieses Buch zu kennen. Aber gut, der Autor fährt fort und sagt also, überall in der Christenheit, nur einige, ganz wenige Länder ausgenommen, haben die Söhne Loyolas festen Fuß gefasst und sogar in der Neuen Welt blüht ihr Weizen auf eine Weise, dass sie einer gar herrlichen Ernte entgegensehen. Heutzutage im 21. Jahrhundert fahren sie die Ernte mit aller Macht ein. Ihre Macht ist also durch die Aufhebungsbulle des Papstes Ganganelli keineswegs gebrochen worden. Denn sonst könnte sie nicht in der Schnelligkeit wieder empor erwachen, als sie seit 1814 empor wuchs. An Reichtum mögen sie etwas verloren haben. Vielleicht sogar sehr viel, indem sie ihre großen Besitzungen einbüßten und dem ausgedehnten Handel mit Ost- und Westindien entsagen mussten, der ihnen jährlich Millionen einbrachte. In der Zahl ihrer Mitglieder dagegen scheinen sie eher zu, als abgenommen zu haben. Und in der Zahl ihrer Assistenzen und Provinzen sind sie sich wenigstens gleich geblieben. Der Assistenzen nämlich rechnet man vier. Erstens die Assistenz Italien mit den Provinzen Rom, Neapel, Sizilien, Turin und Venedig. Wir dürfen ja eben nicht vergessen, Griesinger schreibt hier von einer Zeit, da gab es noch kein Italien als Nationalstaat. Der wurde ja erst später errichtet. Welche zusammen nach einer Bekanntmachung des Generals Becks vom 11. Juli 1850 8.350 Ordensmitglieder zählen. Zweitens die Assistenz Spanien mit drei Provinzen, die aber nicht genannt werden, weil der Orden Jesu im Augenblick nur unter der Hand das ist, weil er verboten nur inkognito dort existieren darf. Drittens die Assistenz Frankreich mit den Provinzen Paris, Lyon und Toulouse, welche zusammen 7.420 Ordensmitglieder ausweisen. Viertens endlich die Assistenz Deutschland, die bei weitem größte von allen mit den Provinzen Österreich, Deutschland, Galizien, Belgien, England, nebst Irland und Maryland oder Amerika, die eine Gesamtzahl von nicht weniger als 22.159 Jesuiten besitzen. Alles in allem wären es also der Söhne Loyolas nicht weniger als 37.929. Und dies ist gewiss eine Armee, mit der man etwas Erschreckliches oder Erkleckliches ausrichten kann. Weil sie aus lauter altgedienten Veteranen besteht und dabei die Rekruten, das heißt die Novizen und der Tränen, also die Laienbrüder, noch gar nicht mitgerechnet sind. Doch wir wollen es nun, was die Ausbreitung des Jesuitenordens betrifft, bei dem bisher Gesagten bewenden lassen und uns lieber der Frage zu wenden, auf welche Art und durch welche Mittel die Söhne Loyolas dieses ihr schnelles Wieder-Emporkommen bewerkstelligt haben. Die Antwort ist übrigens leicht, denn die Mittel waren und sind immer noch ganz die Nämlichen, deren sich schon die ersten Jünger Ignatii bedienten, um auf die Christenheit einzuwirken. Nämlich das Reisepredigen, der Beichtstuhl, die Kongregationen und Sodalitäten, die Unterrichtsanstalten und natürlich die öffentliche Meinung. Tja, die ganze Art und Weise, wie die jetzigen Jesuiten auftreten, war und ist nichts anderes, als die aufgewärmte Geschichte ihrer Tätigkeit schon unter Ignatius. Und man meint nicht anders, als er selbst mit seinen ersten Genossen sei wieder aus dem Grabe erstanden. Nehmen wir doch nur einmal das Reisepredigen oder die Missionen der jetzigen Söhne Loyolas an. Sind sie nicht, wie mir Jedweder zugeben wird, der nur ein einziges Mal einer Jesuitenmission anwohnte und wäre in Deutschland, wäre in Frankreich, wäre überhaupt in der Christenheit, fand nicht schon die Gelegenheit, einer solchen Mission beizuwohnen, sind sie nicht ein reiner Abklatsch dessen, was schon Bobadia, Faber und Karnisius tat? Je drei oder vier von ihnen, oft auch ein halbes Dotzend mehr, werden auserlesen, um zusammen als Reiseprediger in der Welt umherzuziehen. Man nimmt hierzu nur solche, welche mit der Gabe der Rede besonders vorzüglich ausgestattet sind. Nur solche, welche diese Gabe durch ihre körperlichen Vorzüge zu ergänzen imstande sind. Womöglich sollen es hohe Männergestalten sein, mit feurigen Augen und bleichen Wangen. Männergestalten, auf deren Gesichtern sich die Entsagung ausgeprägt hat und deren ganze Erscheinung unterstützt durch den langen schwarzen Rock und das zierlich gebundene Gebetbuch den Heiligen auf Erden verkündigt. Mit einem Worte, man bestimmt nur solche Mitglieder des Ordens zu Missionspredigern, welche einem Vater Roden oder Pottgeißer oder Hasslacher oder Anderledi oder Fruzzini oder Waldburg Zeil, diese sechs ziehen seit zehn Jahren und länger in Süddeutschland herum und die meisten meiner Leser werden sie daher schon gesehen oder doch von ihnen gehört haben, gleichen und dann darf man immer gewiss sein, dass ihre Predigten ihre Wirkung nicht verfehlen. Wie könnte dies aber auch anders sein? Mein Gott, sie ziehen ja nur in solche Städte, nur in solche Gegenden, wo sie wissen, dass wenigstens ein Teil der Einwohnerschaft zum Bigotismus huldigt, wenn auch vielleicht der andere Teil von der leidigen Aufklärung angesteckt oder gar dem Ketzer- und Protestantentum verfallen ist. Tja, letztere Städte sind ihnen die Liebsten, denn es kann dann der Bigotte Teil umso leichter zu dem Vorsatz entflammt werden, sich vor der unheiligen Berührung der dem Teufel verfallenen Ungläubigen reinzubewahren und über dem lässt es sich vielleicht bewerkstelligen, dass eine verlorene Tochter oder gar ein verlorener Sohn durch ihre Überredungskunst in den Schoß der alleinselig machenden Unam-Sankt-Damm-Kirche zurückkehrte. Weil nun aber wenigstens ein Teil der Einwohnerschaft des Ortes, wo sie auf eine Woche oder länger ihre Missionskreuze aufstellten, schon zum Voraus für die Herren Patres eingenommen ist und weil die Letzteren es auch nicht verabsäumt haben, sich monatelang vorher anzukündigen, damit die Welt auf ihre Ankunft aufmerksam werde, so dürfen sie stets auf einen großen Zulauf rechnen und diesen von Stunde zu Stunde verdoppeln oder gar zu verdreifachen, wird ihnen dann ein leichtes. Sie predigen ja mit so viel Feuer und Wissen so wunderbar geschickt, die saftigsten Bilder, die aufregendsten Gleichnisse einfließen zu lassen. Sie verstehen es ja so außerordentlich gut, die Pracht der Himmelsräume zu schildern und die Seligkeit derer, welche bestimmt sind durch ihre Fürbitte und durch ihren Einfluss jene Räume betreten zu dürfen. Ha! Und dann vollends das Fegefeuer und die Hölle! Wahrhaftig, sie besitzen die Gabe der Schilderung und des Pinselstrichs in so hohem Grade, dass die Zuhörer es zu sehen vermeiden, wie das unterirdische Flammenmeer mit den Seelen der ewig Verworfenen, das ist der Ketzer und Ungläubigen, auf- und abwogt, dass sie die Jammertöne und Flüche der Gequälten hören, den Rauch und Gestank des Schwefelpfuhls zu riechen vermeiden, wessen Herz, besonders wenn dasselbe in einem weiblichen Busen schlägt, sollte da nicht gerührt? In wem sollte da nicht die Reue geweckt? Wer nicht mit Gewalt hingerissen werden, dem Herrn Patribus seine Sünden zu bekennen und von ihnen sich Absolution von denselben zu erkaufen? Übrigens, nicht die Predigten allein bringen diese großartigen Wirkungen hervor, sondern noch mehr der Hokuspokus, wenn ich mich dieses Ausdrucks bitte schön bedienen darf, mit welchem die frommen Patris ihre Mission stets auszuschmücken pflegen. Wie sie dann dabei nie anders auftreten, denn als wären sie Schauspieler. Wohl wissend, dass das große Publikum sich durch nichts mehr hinreißen lässt, als auf der einen Seite durch Prunk, auf der anderen durch Possenreißerei. Hierfür, für den bei den Missionen angewandten Hokuspokus, könnte ich eine Menge von Belegen beibringen. Als zum Beispiel, dass sich hier und da, wenn man die Menge recht aufregen will, einer der sehr ehrwürdigen Patris auf der Kanzel zum Advokaten der römisch-katholischen und apostolischen Religion stempelt und mit der ganzen Kraft seiner Lunge einen anderen niederdonnert, welcher als leibhaftiger Satan verkleidet, die Sache der Gottlosigkeit und Ketzerei verteidigt. Allein derlei Dinge sind allzu bekannt, als dass ich nötig hätte, mich hierbei aufzuhalten. Über dem, wer kennt nicht den bei den Missionen gewöhnlich entfalteten Pump der Kalvarienberge, der öffentlichen Abbitten, der Wege des Kreuzes und was dergleichen Dinge mehr sind? Wer erinnert sich nicht der Unmasse von Maria-Bildchen, Statuetten, Reliquien und Kruzifixchen, welche an die Gläubigen verkauft werden, nachdem ihnen durch die Zauberroute der Jesuiten die Kraft, Wunder zu wirken, verliehen worden ist? Gewiss, alles wird bei den jesuitischen Missionen in Anwendung gebracht, was auf den abergläubischen Geist ihrer Zuhörer eine Wirkung haben kann. Und kein Kunstgriff bleibt unversucht, um den Pöbel für die Sache der Religion, wie die Söhne Ligola sich ausdrücken, zu begeistern. Das heißt, auf besser Deutsch, um aus der großen ungebildeten Masse alle gefundenen Religionsbegriffe aufzutreiben und ihr dafür den krassesten Aberglauben zugleich, aber auch die tiefste Verehrung vor der Gesellschaft Jesu einzutrichtern. Die Welt will betrogen sein, also werde sie betrogen. Ein altes Sprichwort. Und diesem Sprichwort gemäß handeln die Söhne Loyolas auf ihren Missionen. Die abergläubischen Bauern aber, die sich von ihnen überreden lassen, Ignatius Pulver gegen Feuersgefahr, Ignatius Wasser gegen Teufel und Gespenster zu kaufen. Ei, nun, diese sind immer besser daran, als jene armen Weiber, die sich durch die wahnwitzigen Schilderungen der Qualen der Hölle bis zum Verrücktwerden steigern ließen. Ja, das war ja soweit mal ganz interessant. Da wollen wir doch mal eben hören, ob meine beiden Mitstreiter hier vielleicht etwas zu sagen haben. Ich denke, Viktor hat hier sicher eine Bemerkung zu. Ja, also ich muss das nochmal wiederholen eben. Ich fand das so gelungen, wie der Herr Griesinger das ausgedrückt hat, weil ich finde, das trifft wunderbar auch in die heutige Zeit zu. Sicherlich würden wir heute andere Begriffe verwenden, aber es ist doch immer wieder mal auch ganz, ja, ich will jetzt nicht sagen erfrischend, aber mal auch wieder den, ja, diesen Schreibstil oder diesen Geist, den Herr Griesinger da in seinem Werk mit einfließen lassen hat, das jetzt nochmal eben wiederzugeben. Gewiss, alles wird bei den jesuitischen Missionen in Anwendung gebracht, was auf den abergläubischen Geist ihrer Zuhörer eine Wirkung haben kann. Und kein Kunstgriff bleibt unversucht. Ja, Kunstgriff, wir erinnern uns an die Bibel, ich glaube Epheser Kapitel 6, Vers 11. Die listlichen Kunstgriffe des Teufels. Die Kunstgriffe des Teufels, genau. Ja, genau. Prima. Also, und kein Kunstgriff bleibt unversucht, um den Pöbel, also die Laien, Max Mustermann und John Doe, für die Sache der Religion, zwischen Anführungszeichen, wie die Söhne Loyolas sich ausdrücken, zu begeistern. Das heißt, auf besser Deutsch, um aus der großen, ungebildeten Masse alle gesunden Religionsbegriffe auszutreiben. Also, das heißt ja auch letztendlich, dass man dann auch gerne den Begriff statt dann Katholizismus gerne Christentum ja verwendet, wie wir ja auch jetzt häufiger in, ich sag mal, ja, in aktuelleren Werken ja meistens darauf den Unterschied ja nochmal deutlich machen müssen, weil eben diese Begriffe gerne vertauscht werden. Also, um alle gesunden Religionsbegriffe auszutreiben und ihr dafür den krassesten Aberglauben zugleich, aber auch die tiefste, nee, Moment, doch die tiefste Verehrung vor der Gesellschaft Jesu einzutrichtern. Mundus vult dezipi ergo dezipiatur. Die Welt will betrogen sein, also werde sie betrogen. Ist ein altes Sprichwort und diesen Sprichworte gemäß handeln die Sölo Jolas auf ihren Missionen. Ja, aber liebe Leute, ist das nicht auch mittlerweile schon so weit, dass alle Menschen so handeln? Also, ich sag jetzt mal, die Masse der John Doe, der Max Mustermann, in der Regel natürlich wieder besseren Wissens. Aber wie wir auch jetzt in den letzten oder in den vergangenen Lesungen ja, denke ich, gut das hervorgebracht haben, inwieweit natürlich dann die Glaubensgrundlage und das Ratio Studiorum der Jesuiten dafür sorgen eben, dass die Welt betrogen sein will. Wir werden erzogen zur Akzeptanz der Ignoranz. Ja, auch sozusagen zur Wahrheitverdrossenheit sozusagen. Oh ja, oh ja. Also, es gibt ja immer diesen Begriff Politikverdrossenheit, aber ich finde eigentlich vielmehr passt, glaube ich, in unsere heutige Zeit so eine Art, ja, oder, oder... Lebensverdrossenheit, was hältst du denn davon? Oder sowas auch, ja, es passt auch ganz gut. Gut, ich hatte jetzt letztens noch einen Begriff in Bezug auf die Wahrheit Resistenz, Wahrheit resistent, ne? Wahrheit resistent, ja. Ja, es gibt ja auch so Keime, die sind dann irgendwie resistent gegen, weiß ich nicht, gegen andere Keime. Und ja, manche Menschen haben irgendwie so eine Resistenz entwickelt gegen die Wahrheit, leider. Sehr viele sogar, ja. Hast du vollkommen recht mit, Viktor. Ich fand jetzt nur diesen Absatz nochmal so treffend auch, weil, wie gesagt, wenn der Herr Griesinger in der heutigen Zeit nochmal leben würde und sich das jetzt, ja, gut 150 Jahre, nachdem er das Werk verfasst hat, sich das jetzt nochmal ansehen würde, könnte, dann, ja, wäre ich mal gespannt, inwieweit er sich dann zwischen Anführungszeichen, sag ich mal schon prophetisch, sich dann selbst auf die Schulter klopft. Naja, ich habe es euch ja damals schon gesagt, ne? Ja, oder man könnte genauso gut sagen, er würde sich im Grab umdrehen, wenn er die Welt heute sehen würde. Ich glaube, Henry Gretten-Guinness hat das mal in einer anderen Gelegenheit gesagt. Oder wenn er es nicht war, dann hat Tom Fresters gesagt und irgendwann hat das mal irgendeiner gesagt. Wenn Martin Luther sehen würde, was sie mit seiner Kirche gemacht haben und was aus dem Protestantismus heute geworden ist, dann würde er sich nicht nur im Grab umdrehen. Er würde aus dem Grab rausspringen, würde das Kreuz nehmen, das da wahrscheinlich draufsteht und würde uns damit die Köpfe einschlagen für unsere Dummheit und Ignoranz und Weltverbesserungsgedanken, die wir mit uns rumschleppen, aber eben auch mit der Wahrheitsresistenz, die du gerade eben genannt hast, Viktor. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Grunde, weißt du, ich lese das Buch hier jetzt zwar, das ist ja auch schön und macht auch Spaß, aber im Grunde müsste man solche Absätze, wie du gerade vorgelesen hast, analysieren und besprechen und daraus alleine kann man schon ein einziges Video machen. Aber wenn ich das machen würde, dann würde diese Buchlesung nicht, wie sie jetzt im Augenblick rund 80 Teile haben, sondern wenn sie fertig werden würde, dann würde sie wahrscheinlich eher rund 800 Teile haben und das guckt sich dann doch kein Schwein an. Von daher sehe ich davon ab. Aber finde ich es wunderbar, dass du den Ball aufgenommen hast und darauf eingespielt hast und diesen Absatz nochmal vorgelesen und ein wenig interpretiert hast. Es geht doch darum, dass die Mittel, die die Jesuiten da gebraucht haben, um uns mit ihrem Hokus-Pokus zu verzaubern, ja, mundus vulc decipi ergo decipiatur, also die Welt will betrogen werden, also soll sie betrogen werden, wie sie das doch wahr spielen heutzutage, mit, was wir Fernsehen nennen, was im Mainstream aus den Fernsehkanälen kommt, mit was aus den Nachrichtenkanälen kommt, ob das jetzt Presse ist oder ob das Rundfunk ist, ob das Internet ist, wo die meisten Massenmedien ja auch vertreten sind oder selbst die alternativen Medien, die sich ja auch verkauft haben, die meisten dann doch, wie sie das damit klarspielen, uns mit diesem Ratio Studiorum des 21. Jahrhunderts so Gehirn zu waschen und so dafür zu sorgen, dass eben genau die Prämisse ihres Ratio Studiorum durchkommt. Lernen, gegen das Lernen, alles lernen, alles in den Kopf reintrichtern, die Leute mit allem beschäftigen, nochmal das Wort, was wir letztens in Romanismus und Reformation deutlicher auch gelesen haben, außer sich mit dem Wort Gottes, außer sich mit der Wahrheit zu beschäftigen und dadurch die Wahrheit im Endeffekt lächerlich zu machen und dann demjenigen, der den Leuten die Wahrheit erzählen will, auf den mit dem Finger zu weisen und den zu diskreditieren. Das ist genau das, was Leuten wie uns passiert. Keine Reaktion? Ja, also auf den Punkt hin mit der Beschäftigung, was mir nochmal da im Zuge zu eingefallen ist, war ja damals auch ähnlich wie im Dritten Reich. Damals hatte man ja auch ganz große Beschäftigungsprogramme aufgefahren und wenn ich mir heute so mal ganz zwischendurch mal vereinzelt irgendwie so eine Schlagzeile reinziehe, sage ich mal, aus dem Mainstream, dann ist es ja oftmals so, dass eben auch jetzt wieder neueste Wasserstandsmeldungen, ja, so viel Beschäftigte wie noch nie und dementsprechend sieht man ja, dass das alles soweit gut funktioniert. Wir hatten heute sogar Feinpropaganda. Heute Morgen in der Bild-Zeitung stand drin bezüglich der Bundeswehr, der Bundesrepublik Deutschland, alles, ja, wie nennt sich das jetzt da, alles kaputt oder alles im Arsch oder sowas ähnliches, außer unsere Soldaten. Da habe ich mir gedacht, prima. Eigentlich ist das Wehrkraftzersetzung, wenn man halt in alle Länderherren hinaus posäunt, dass die Bundesrepublik Deutschland keine funktionierende Armee mehr hat. Also es ist egal, wie man es dreht oder sieht, alles ist Propaganda. Und Propaganda ist ein Begriff, der heutzutage sehr negativ gebraucht wird. Und Propaganda kommt eigentlich natürlich, wie könnte es anders sein, aus dem Lateinischen und heißt eigentlich verbreiten oder ausbreiten, aber in der jetzigen Bedeutung eigentlich ja sinnentstellte Wahrheiten verbreiten. Und Propaganda nützt halt immer demjenigen, der die Musik bestellt, der bezahlt sie dann auch. Und wer die Musik bestellt und die Presse bestellt, der bezahlt sie auch. Und dessen Wahrheit wird gedruckt. Und Wahrheit ist immer die Version, auf die man sich geeinigt hat. Und demzufolge hat der Herr Griesinger auch, glaube ich, ein paar nicht so ganz korrekte Dinge da abgeliefert. Ich denke aber, das liegt halt einfach darin, dass er als evangelischer Theologe da vermutlich auch nicht ganz frei von Vorurteilen gewesen ist, da die evangelische Lehre ja auch nicht ganz frei von Katholizismus gewesen ist. Ich glaube, das hat er dann wahrscheinlich nicht so ganz hinterfragt und hat sich dann eher auf die Jesuiten als relativ augenfälliges Erscharnungsbild der römisch-katholischen Doktrin dann dargestürzt. Da wir aber wissen, wie tief die Doktrin geht und eigentlich ja schon im Säuglingsalter irgendwo eingefiltert und eingetrichtert wird durch die ganzen Festivitäten und Nikolaus und so weiter, da habe ich bis jetzt in den Werken von Griesinger noch nicht so eine allgemeine Kritik am Katholizismus gesehen, sondern eher jetzt nur auf die Jesuiten als spezieller Orden. Es mag ja sein, dass der Griesinger dann auch in ganz anderen Büchern das behandelt hat. Lass mich Dieter gerade eben korrigieren. Er hat ja 1861 das Buch veröffentlicht, Die Mysterien des Vatikan. 400 Seiten, das Buch habe ich hier liegen, das wollte ich irgendwann mal lesen, natürlich nachdem diese Lesung abgeschlossen ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er in dem Buch, weil es eben auch Mysterien des Vatikan heißt, mehr auf solche Dinge eingeht, als er das hier in dem Jesuitenbuch macht. Ja, das wäre zu hoffen, ja. Werden wir sehen, wenn wir es lesen. Ich habe es bis jetzt noch nicht gelesen. Ich habe es mir nur gekauft und es liegt hier und es kommt irgendwann. Aber du hast natürlich ganz recht mit deinem Punkt. Das ist ja auch meine Kritik, die ich ein bisschen anführe. Dass ich persönlich finde, dass der Griesinger die Bibel zu weit außer Acht lässt bei dem Schreiben dieses Buches. Und es ist von daher für unsere Zuschauer wahrscheinlich interessant, nicht nur das gelesene Wort zu lesen in diesem Buch, sondern daneben auch noch die Erklärungen von Viktor, von dir und von mir daneben zu bekommen, die ihnen noch mehr Hintergründe darbieten, die ihnen noch mehr, ich sage mal, Verbindungen machen lassen zu anderen Büchern, anderen Werken und eben auch zur Bibel, wie Viktor das gerade ganz toll gemacht hat, wo er sagte, Epheser Kapitel 6, Vers 11, die feurigen, die feurigen, was war das hier, Pfeile des oder... Die listigen Kunstgriffe des Teufels. Die listigen, danke schön, ja, danke Viktor. Die listigen Kunstgriffe des Teufels, wo er das rausgeholt hat. Das ist genau der Punkt. Und das ist die Verbindung von diesen Dingen, die solche Bücher eigentlich wirklich erst lesenswert machen. Weil nur das geschriebene Wort darin sehen, das ist ja vielleicht hier und da mal, ja, das ist ganz gut. Aber ich meine, da liegt nun keiner mehr wach. Ich wollte mal eben sehen, ob ich mir hier Epheser irgendwo ranholen kann. Ich bin nur irgendwo an einer total verkehrten Stelle in der Bibel. Ich kriege das hier nicht aufgeschlagen. Ich wollte das mal eben kurz vorlesen, weil Kapitel 6 der Epheser ist ein sehr, sehr wichtiges Kapitel, das wir auch schon öfter genug besprochen haben. Hier sind die Galater, hier sind die Epheser. Na, endlich habe ich es hier, Kapitel 6. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Das genau so hat die Bibel es gesagt. Und das war der Punkt, den Viktor da vorhin auch meinte. Und das kommt ein bisschen zu kurz, aber deswegen machen wir ja diese Lesung und deswegen weisen wir ja auch dann unsere Zuschauer darauf hin, dass sie auf diese Art und Weise eben mehr lernen können, als nur das Buch zu lesen, sondern dass wir ihnen eben probieren, auch noch andere Dinge dann nebenbei zu vermitteln. Und Dinge, wo der Autor zu kurz kommt, sage ich mal, können wir dann unsere Ergänzungen hinzufügen. Und das ist ja die Absicht davon. Gut, wenn es in Ordnung ist für euch, dann lese ich in dem nächsten Absatz hier auf Seite 386 weiter. Eben nochmal ein anderes Bild nehmen. Also der Autor sagt dann weiterhin, das zweite bewährte Mittel, Einfluss und Macht zu erlangen, ist für die Söhne Loyolas von jeher der Beichtstuhl gewesen. Und dieses Mittels bedienen sie sich auch jetzt noch mit den besten Erfolgen. Ich freue mich wirklich auf die Zeit, wenn es dem Victor jemals gelingt, das Buch zu kontrollieren, das von Charles Chenecrie geschrieben wurde, der Beichtstuhl, weil da ja in der deutschen Übersetzung das leider einige Dinge weggelassen wurden, wenn er das mal jemals Zeit hat zu bearbeiten und die Teile auch zu übersetzen. Dieses Buch zu lesen, das dürfte einigen Leuten neben dem Buch, was Victor und ich bereits letztens zusammen gelesen haben, über die Moraltheologie des Alfonso Liguori, das sollte den Leuten wirklich die Augen öffnen. Der Beichtstuhl ist so ein wichtiges Mittel, dass die Jesuiten geh- und missbrauchen. Ja, bitte Michael. Ich muss mal irgendwie eine Hupe oder so haben, wenn ich da einen Kommentar habe. Aber dann vielleicht mit Altersfreigabe. Der Beichtstuhl von Chenecrie braucht keine Altersfreigabe. Das haben wir bei Liguori gemacht. Da haben wir gesagt, da sind einige Videos bei, die sollte man wirklich besser erst ab 18 schauen. Das wird auch beim Hochladen berücksichtigt. Das Buch von Charles Chenecrie ist mehr oder weniger freigegeben für alle, will ich mal so sagen. Die Sachen, die da wirklich nicht für jeden sind, das sind im Anhang die lateinischen Sätze, wo es um die Ausbildung der Priester geht, mit den Fragen, die sie den Frauen und Kindern im Beichtstuhl stellen müssen. Die sind in Latein und die können wir nicht im normalen Google-Übersetzungsprogramm übersetzen. Das werden wir dann auch lassen. Und die wären sicherlich über 18. Aber du hast schon recht, es ist auf jeden Fall schwere Kost. Das ganze Buch ist sowieso schwere Kost, davon abgesehen. Das vierte Kapitel von dem Buch habe ich in Englisch mal gelesen, in einer Hour of the Truth Sendung vor, ich glaube, zwei Jahren oder was. Das war das vierte Kapitel. Das war teilweise lustig, aber auch hauptsächlich sehr, sehr spannend und interessant, um mal zu lesen, wie die Katholiken mit dem Beichtstuhl umgehen. Weil in dem Buch von Chinequi geht es nicht um Jesuiten und der Beichtstuhl. In dem Buch von Chinequi geht es um Katholiken und den Beichtstuhl. Das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Die Jesuiten sind noch viel extremer damit. Aber der Chinequi gibt uns eine Einsicht in die katholische Art und Weise, mit dem Beichtstuhl umzugehen. Genau wie hier der Griesinger, der gibt uns hier einen Einblick darin, wie die Jesuiten das machen. Und die sind noch ein wenig gewiefter, sage ich jetzt mal. Hast du noch einen Kommentar, Michael, oder soll ich fortlesen? Du kannst gerne weitermachen. Gut. Und wenn du mal was hast, dann sagst du, äh, dann höre ich auch, das ist so ein kleiner Tüt, weißt du, dann höre ich dazu was sagen, das ist auch gut für mich, dann stoppe ich eben mal. Es ist aber nicht das Gewissen des gemeinen Mannes, das ihnen am Herzen liegt, den Jesuiten. Nee, nee, warum denn? Denn den gemeinen Mann, das ist die große Masse, kann man durch die Missionen bearbeiten. Nein, sondern vielmehr das Gewissen der Vornehmen, der Mächtigen und Einflussreichen, die, weil man hier durch diese zu etwas gelangen kann. Man wird daher in allen katholischen Ländern die Hofbeichtvaterstellen fast immer von Jesuiten, sei es nun von Offenen oder Verdeckten, besetzt finden. Und wo es noch nicht der Fall ist, da werden gewiss alle Mittel in Bewegung gesetzt, um denjenigen Geistlichen, der gerade als Gewissensrat fungiert, zu stürzen. Das geht nun übrigens in sehr vielen Fällen keineswegs so leicht, als man es sich vielleicht vorstellt, denn die vorhandenen Beichtväter haben nicht selten auch Grütze im Kopf und wissen sich zu wehren. Allein, wenn alle anderen Mittel fehlschlagen, wenn weder Verleumdung, Bestechung noch Verstellung zum Ziele führen, so greifen die Jesuiten zu ihrem letzten Remedium, zum Einfluss des Weibes. Und dieses Remedium bleibt nie ohne Wirkung. Wer die Mutter hat, der hat auch den Sohn. Und wer die Gattin, der hat auch den Gatten. Wem es aber vollends gegeben ist, über die Geliebte zu verfügen, nun, vor dem beugt sich, ohne dass sie es vielleicht weiß, die gesamte Männerwelt. Denn wo gäbe es einen Mann, der nicht liebte und der sich von der Geliebten nicht beherrschen ließe? Eben aus diesem Grunde haben die Söhne Loyolas von jeher ihr Augenmerk, ihr Hauptaugenmerk, darauf gerichtet, das Weibervolk zu gewinnen. Und da sie sich auch jetzt noch in ihren Seminarien eigens hierzu erzogen werden, so finden sich in ihren Reihen immer wenigstens einige, deren welcher Rede und schöner Körpererscheinung nicht leicht ein Weibergemüt zu widerstehen vermag. Auf diesem krummen Wege erreichen dann die frommen Patres, was sie nur immer zu erreichen wünschen. Und wer wundert sich nun noch darüber, dass die Hofbeichtväterstühle sich fast immer in den Händen der Söhne Ignatii befinden? Darf ich noch mal kurz was dazu anfügen? Aber natürlich. Ja, das klingt ein wenig so. Der letzte, der Satz davor, ähm, ähm, wenn es aber vollends gegeben ist, über die Geliebte zu verfügen, nun vor dem beugt sich, wem es aber vollends gegeben ist, über die Geliebte zu verfügen, nun vor dem beugt sich, ohne dass sie es vielleicht weiß, die gesamte Männerwelt. Der Männerwelt. Denn wo gäbe es einen Mann, der nicht liebte und sich von seiner Geliebten nicht beherrschen ließe? Mit anderen Worten, jetzt mal eben ganz platt gesagt, ähm, wo gibt es einen Mann, der nicht mit seinem guten Teil denkt, ne? Ja, aber das erinnert mich so ein bisschen irgendwie so an das erste Buch Mose, findest du nicht? Wo der Mann, wo Adam und Eva ein Fleisch wurden und letztendlich wohl der Teufel das schon so mitbekommen hat und letztendlich ja wusste, wenn er, wenn er, wenn er das schwache Glied sich vornimmt, dass er dann auch, ja, Einfluss nimmt. Das starke Zufall bringt. Ja, richtig, genau, danke. Ja, da habe ich irgendwas so gerade im Hintergrund vernommen, also. Ja, ich auch. Lassen wir den Tüter mal ans Wort. Ja, das hatte ich eben schon vor, aber ich habe so schnell den Ton nicht gefunden, aber ich habe jetzt den Ton auf dem Handy und deswegen kann ich jetzt immer interferieren hier. Ähm, ja, natürlich, es ist nicht das letzte Mittel, was Griesinger jetzt so schreibt, sondern das erste Mittel, weil es schließlich das Urmittel ist. Man geht immer das schwache Geschlecht an. Diskutiert mal eben weiter, ich bin gleich wieder da bei euch. Der Brunnenbauer. Ja, im Endeffekt ist es doch immer das erste probate Mittel, weil das hat ja schon vor Jahrtausenden gewirkt. Deswegen kann ich den Griesinger jetzt nicht so ganz verstehen, weil er sagt, das letzte Mittel ist nicht das letzte Mittel, es ist eigentlich das erste Mittel, denn wer ist denn da jetzt ohne Fehler, dass er sagen könnte, ja gut, wenn meine Frau eine andere Meinung hat, ist egal, ich bin hier der Herr im Haus oder ich entscheide. Nee, nee, es ist ganz oft so, dass man halt da irgendwo wieder einen Kompromiss finden muss und dann sind die halt wieder durch die Hintertür drinnen. Ja, ich meine, Michael, liegt es dann auch nicht gerade bei uns Männern in der Pflicht, dass wir, ich sag mal jetzt nicht unsere Frau lieben, aber primär eigentlich Jesus Christus lieben, also den Schöpfer lieben und nicht die Schöpfung. Verstehst du, ja auch weiß, dass man da auch irgendwo aus der Geschichte, die wir erkennen, die biblische Geschichte von Anfang an, dass wir uns da natürlich auch schnell, ich sag mal, in ein, ja, ich sag mal, uns ziemlich schnell in die Fänge des Teufels begeben könnten. Naja, der Punkt ist halt, den der Autor hier meint, dass die Jesuiten über die Frau zum Mann kommen und das ist genau dasselbe, wie die Schlange es im Garten Eden gemacht hat, sie ist über die Frau zum Mann gekommen. Es ist der Fall des Mannes, der dafür gesorgt hat, dass die ganze Welt in Sünde gefallen ist, ja, und der Mann ist in die Sünde gefallen, weil er auf die Frau gehört hat. Das heißt, in anderen Worten, der Mann hat aufgehört, auf den Herrn zu hören und das ist ein bisschen der Punkt, glaube ich, den du gerade eben gemacht hast. Na, Viktor, wie wäre es denn, wenn wir ein bisschen auf unseren Herrn Jesus Christus hören anstatt auf Menschen, selbst wenn dieser Mensch unsere Frau ist. Der Punkt ist ja nur, die meisten Männer denken eben mit ihrem guten Stück, das sie da zwischen den Beinen liegen haben, anstatt mit ihrem Gehirn und sind über diese Art und Weise eben erpressbar. Und das ist genau das, was der Griesinger in anderen Worten hier, denke ich, zum Ausdruck bringt. Dass er meint, wenn wir ein wenig mehr logisch denken würden und uns nicht von unseren Frauen oder von der Geliebten, das ist ja was anderes als die Ehefrau, wenn wir uns nicht von der Geliebten so leiten lassen würden, sondern wenn wir rational denken würden, dann würden wir auch viel mehr auf unseren eigenen Gedanken stehen und da würden wir uns nicht von den Jesuiten so einschmeicheln lassen können oder einheimsen lassen können, so wie es hier passiert. Ich glaube, das ist der Punkt, den der Griesinger hier machen wollte. Man kommt, das ist ja der Satz, der davor gesagt wurde, wer die Mutter hat, hat auch den Sohn und wer die Gattin hat, hat auch den Gatten. Und wir dürfen diesen Satz nicht unterschätzen. Du hast den letzten Teil vorgelesen. Aber der erste Teil hier, wer die Gattin hat, der hat auch den Gatten, ist ganz, ganz wichtig, weil der Beichtstuhl eingerichtet für die Ehefrau, wenn der Priester mit der Ehefrau im Beichtstuhl sitzt und der Ehefrau alle Geheimnisse ihrer Ehe entlockt, wenn er ihr durch die gewisse Fragestellung, und du hast ja mit mir zusammen das Buch von Liguori gelesen, du weißt ja, welche Fragen da alle genannt werden. Ich will da jetzt im Detail nicht drauf ein, weil dann müsste ich dieses Video auch ab 18 machen. Schaut euch das halt an, findet ihr in der Abspielliste systematischer katholischer Kindesmissbrauch. Da sind die Videos drin veröffentlicht. Wenn man weiß, welche Fragen der Priester, in diesem Fall ein Jesuit, der Ehefrau stellt, damit drängt er sich im Vertrauensverhältnis zwischen der Ehefrau und ihrem Gatten. Und schlussendlich nimmt der Priester die Position des Ehemannes ein. Und die Frau weist ihren Ehemann mehr und mehr ab. Und der, wenn er dann versucht, Entschuldigung, und der, wenn er dann versucht, ihre Gunst wieder zu gewinnen, muss dann natürlich eben das tun, was die Frau von ihm verlangt. Und was verlangt die Frau von ihrem Mann? Das, was der jesuitische Priester ihr einflüstert. Und so erlangen sie die Kontrolle. Das wollte ich jetzt eben dazu sagen. Aber bitte, wenn ihr beiden noch Kommentare habt. Also ich denke, das wird auch noch mal ganz deutlich gerade, inwieweit natürlich auch die Frau oder die Mutter eine wichtige Funktion innerhalb der Familie hat. Sozusagen das Rückgrat, die auch jedes Familienmitglied miteinander verbindet. Und ja, das denke ich, ist auch immer ganz wichtig, dass wir uns das allgemein auch immer noch mal vor Augen halten, dass die Frau eigentlich eine ganz wichtige Funktion hat in der Familie. Und letztendlich in der heutigen Zeit und das ist natürlich eine Sache, die mich oft traurig macht, zu sehen, dass die Frauen sich dann letztendlich in diesem System ja irgendwo da aufgehoben sehen, eben nicht diesen Platz einzunehmen, dieses Rückgrat zu bilden in der Familie, sondern irgendwie auch Dinge dann halt, ja, neudeutsch sagt man ja gerne so outsourcen oder so oder halt dann auch irgendwie in irgendeiner Art und Weise beschäftigt sind, aber nicht im Sinne oder für die Familie. Die Ich-Mentalität wird übertragen auf die Frau. Die wird darauf übertragen, um der Frau Rechte zu geben. Das fängt an mit der Emanzipation, das fängt an mit diesem Streit. Ich meine, wir sind doch jetzt gerade Ende Januar 2019, haben wir doch gerade in Deutschland diesen Streit gehabt um Paragrafen 219a, wo es darum geht, ob Doktoren in ihren Praktiken, in ihren Praxisen, wie nennt man das, in ihrer Praxis, Werbung dafür machen dürfen, dass sie Abtreibung anbieten. Da gab es doch diese ganz große Diskussion in Deutschland drum. Kein Mensch, der da mal irgendwie diskutiert, ob Abtreibung überhaupt biblisch, überhaupt christlich ist, wir leben doch eigentlich in einem christlichen Land, da interessiert keinen Menschen mehr. Es geht nur noch um Rechte. Es geht um Frauenrechte, es geht um Kinderrechte, dürfen wir auch nicht vergessen. Die Rechte der Kinder werden ja teilweise höher gehoben als irgendwas anderes, wobei ich nicht sagen will, dass Kinder keine Rechte haben, aber der Punkt ist, dass man Kindern eben auch Pflichten auflegen muss. Also lass uns jetzt nicht in eine weltweite Diskussion abschweifen. Ich habe die Kinderrechte mal besprochen als Punkt vor einigen Jahren, 2013 ist das inzwischen schon lange her in Englisch, wo es ging um die Analyse des Papiers von Alice Bailey, die Externalisation der Hierarchie, wo wir das besprochen haben, da ging es unter anderem eben auch darum, die Familie dadurch Kapuzen machen, durch den Kindern Rechte zu geben, die ihnen im Grunde gar nicht zustehen, nach dem Motto, die Kinder werden erhoben. Das Gleiche macht man mit der Frau und der hinterliegende Grund dafür ist immer derselbe, die Zerstörung der Familie als Kleinste soziale Zelle einer Nation. Weil eine Nation wie Deutschland, wie England, wie Belgien, wie Frankreich, eine Nation ist ja nichts anderes als eine große Familie, nur ein bisschen ausgewachsen in der Menge. Das eine Land größer, das andere Land kleiner, aber im Grunde ist eine Nation wie eine Familie und hat einen bestimmten kulturellen Zusammenhalt, genau wie eine Familie. Die einzelne Familie dann, Vater, Mutter, Kind, ist dann wieder die kleinste Zelle davon. Und wenn es den Jesuiten gelingt, diese kleinste Zelle zu zerstören, anzugreifen, bloßzulegen, auseinanderzureißen, dann reißen sie die ganze Nation auseinander. Und was bleibt dann über? Ihre Ordnung aus dem Chaos, das sie geschaffen haben, einer neuen Weltordnung, wo die Nationen abgeschaffen sind und alles nur noch eins ist. Eine Nation, einer, der regiert, eine Religion, eine Wirtschaft, alles eins. et pluribus unum. Aus vielen, mach eins. Das fällt mir dazu soweit ein. Tja, habt ihr noch was? Sonst lese ich noch kurz weiter. Gut, dann lese ich noch mal weiter. Aber war ein sehr wichtiger Punkt, den Victor hier angeholt hat. Wie gesagt, man könnte jeden diese Absätze hier nehmen, könnte den analysieren, stundenlang darüber diskutieren und darüber sprechen. Das ist schon ganz wichtig, aber ich denke eben, dass es zum großen Teil eben hiervon daran liegt, dass eben Männer über die Frauen gesteuert werden und die Jesuiten schaffen es, diese Frauen sich hörig zu machen und steuern auf die Art und Weise die Männer. Hauptsächlich eben die Männer, dürfen wir ja nicht vergessen, die in höheren Positionen sind. Wir sprechen hier von den Fürsten, von den Prinzen, von den Königen. Wir sprechen hier von den Regierungshaltern, also von Ministerpräsidenten und so weiter und so weiter. In die Region geht es. Es geht hier nicht um den normalen Otto-Normal-Verbraucher, wenn man immer so schön sagt, weil die Jesuiten haben sich ja, wie wir da kurz hier vorgelesen haben auf dieser selben Seite, haben sich ja hier auf die vornehmen Mächtigen und Einflussreichen gestürzt und da eben sich die Frauen und Geliebten vongenommen und da eben die Politik damit betrieben. Eben aus diesem Grunde, sagt der Autor, haben die Söhne Loyolas von jeher ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet, das Weibervolk zu gewinnen. Und da sie auch jetzt noch in ihren Seminarien eigens hierzu erzogen werden, da haben wir in Liguori sehr gut drüber gelesen, 7800 Seiten müssen die Moraltheologie studieren. So finden sich in ihren Reihen immer wenigstens einige, deren welcher Rede und schöner Körpererscheinung nicht leicht dem Weibergemüt zu widerstehen vermag. Auf diesem krummen Wege erreichen dann die frommen Patres, was sie nur immer zu erreichen wünschen und wer wundert sich nun noch darüber, dass die Hofbeichtvaterstühle sich fast immer in den Händen der Söhne Ignatii befinden. Nein, wahrhaftig, hierüber darf man sich nicht wundern und noch weniger darüber, wie und zu was sie den Beichtstuhl benutzen. Es kann ihnen ja um nichts anderes zu tun sein, als ihrem Orden dieselbe Herrschaft wieder zuzuwenden, welche er vor seiner Aufhebung besaß. Und um dies zu bewerkstelligen, muss in den Mächtigen dieser Erde der Glaube zum Durchbruch kommen, dass die Jesuiten allein die Träger der wahren Religion sind, dass mit ihrem Wirken allein eine monarchische Regierung bestehen kann. Mit der Aufhebung, so raunen sie den Fürsten beständig ins Ohr, mit der Aufhebung der Gesellschaft Jesu sank die Macht des römischen Stuhls tiefer und tiefer herab. Mit diesem Stuhle aber sank auch die Macht der Könige im ganz gleichen Verhältnis. Darauf haben Denkfreiheit, Aufklärung und Wissenschaft oder wie man die Irreligion sonst noch heißen mag, alle Bande des Gehorsams gegen die Gesetze zerrissen und der allgemeine Freiheitsgeist, der sich gegenwärtig von einem Ende der Welt bis zum anderen verbreitet, ist weiter nichts als die Folge der Herabwürdigung des wahren Glaubens. Diesen also muss man vor allem wieder fest gründen, denn um ihn fest zu gründen, dazu sind allein die Söhne Leolas befähigt. Solches ist die Beichtstuhllehre der Jesuiten. Und was sie unter dem wahren Glauben verstehen, das sieht man aus den Missionen mit ihren Rosenkränzen, ihren Skapulieren, das ist die Tunika der Ordenstracht, ihren Bußhemden, ihrem Fasten, ihren Prozessionen und ihren ganzen sonstigen Krimskram und After-Andacht. Ein drittes Teil zur Gewinnung von Macht und Reichtum sind für die Söhne von Deola die Kongregation und Sodalitäten. Und auf diese gehen wir in der nächsten 35. Lesung ein, weil wir inzwischen bei einer guten Stunde angekommen sind. Und ich möchte gerne abschließend noch ein wenig meine beiden Mitstreiter zwicken und Tuten zu einer Reaktion, einer letzten, zu einer abschließenden, zu dieser Lesung, über was wir gerade eben gelesen haben und wie wichtig diese 34. Lesung wirklich war, was wir hier alles genau besprochen haben. Bitte, Viktor und Michael, wer von euch möchte gerne den Anfang machen? Ich habe jetzt nichts tröten gehört. Also, um vielleicht noch mal ganz kurz auf das Ende, was wir gerade gesagt hatten oder was du angesprochen hattest, auch mit dem Beichtstuhl. Ich denke, es ist auch an sich in der Lesung von dem Griesinger auch immer an einer Stelle so ein bisschen hervorgehoben worden, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es war eine Frau von der Familie der Medici, die dann die dann mit einem, ich glaube, war das mit einem französischen König dann zusammenkam, nachdem die Jesuiten vertrieben wurden. Mit Heinrich dem Vierten. Die Hochzeit von ihr mit, nee, Heinrich dem Dritten war es, glaube ich. Die Hochzeit von ihr mit Heinrich dem Dritten war ja zur Zeit der Bartholomäus-Nacht, also des Bartholomäus-Massakers 1572 passiert, ja. Das erinnerte mich nur noch mal an auch genau so einen Fall, wo die Jesuiten dann vertrieben wurden, aber dann sich wieder Einfluss ja über die Königin sozusagen sich dann verschafft haben oder die Gemahlin des Königs, wie auch immer. Und ja, fand ich an sich so eine sehr interessante Lesung heute wieder. Ich glaube, wir haben auch so, ja, nochmal das so ein bisschen auch an den Stellen, wo es geht, wo du vorhin sagtest, das auch so ein bisschen in das Licht der Bibel gerückt. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und gebe dann noch gerne noch ein paar abschließende Worte rüber an Bruder Michael. Ja, vielen Dank. Ich würde das abschließen mit einem allgemeinen Hinweis. Es scheint von so zu sein, dass dieses Buch von Theodor Griesinger schon mal irgendwo gelehrt worden ist, also als Unterrichtsmaterial verwendet worden ist. Denn auf der Plattform Amazon gibt es dieses Buch, das heißt The Jesuits A Complete History of Their Open and Secret Proceedings from the Foundation of the Order to the Present Time towards the General People Volume 2 Scholars Choice Edition. Jetzt war ich dann ziemlich baff, da gibt es ein 36-seitiges Pamphlet, was 2015 zuletzt abgelegt worden ist und drei Unzen liegt. Aber was ich dann interessant finde, ist, dass es dann doch wohl außerhalb des deutschen Sprachraumes dann tatsächlich doch noch Interesse gibt an mittelalterlicher oder neuerer deutscher Geschichte. Und deswegen habe ich den Herrn Griesinger jetzt doch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, doch ein bisschen netter gefunden als vorher, als ich über ihn berichtet habe, ein bisschen geschimpft habe, denn er scheint es ja dann doch in die Staaten geschafft zu haben. Er war auch damals mal in den Staaten gewesen und hat da aufgrund seines Aufenthalts in den Staaten auch Dinge mitgebracht. Und hat dann in Nordamerika wohl ein paar Jahre verbracht und hat dann halt geschrieben, beispielsweise Immigrantengeschichten, zwei Bände und sonstige Sachen. Also der Herr Griesinger war dann mal irgendwann des Deutschen Reiches oder Deutschlands überhaupt dann mal überdrüstig und ist dann mal in die Ferne gewandert. Und ich glaube, deswegen wird man ihn vermutlich auch in der sogenannten neuen Welt dann kennen. Deswegen glaube ich, dass der Herr Griesinger jetzt durchaus sehr belesen war, weil er sicherlich auch dann in den Vereinigten Staaten der protestantischen Hochburg damals noch sicherlich auch noch mehr Einblick bekommen hat als so der durchschnittliche, in Anführungsstrichen, ohne es abversen zu meinen, der durchschnittliche deutsche Schriftsteller, der vielleicht nie aus dem Königreich Bayern, um das mal so ganz provinziell darzustellen, rausgekommen ist. Gut, von mir aus war es das jetzt dazu. Das war die 35. Ne, die 34. Lesung, die 35. kommt noch. Und wie immer möchten wir halt euch anhalten, dazu euch die Bibel zur Hand zu nehmen. Und zwar bitteschön eine Bibel nach dem Textus Receptus, wenn es um das Neue Testament geht. Und eine Bibel, in der ihr auch dann lest und auch nachlesen könnt, auch die Bibelstellen dann nachschlagen könnt. diejenigen, die Victor zum Beispiel heute genannt hat. Und deswegen verabschiede mich jetzt hier und heute von euch mit den ganz einfachen Worten eines jeden wiedergeborenen Christen. Lest eure Bibel und bis dahin Maranatha. Und ich muss noch einen kleinen Nachtrag bringen, obwohl Michael jetzt hier natürlich hätte enden können, aber ich muss Michael eben auf den Punkt hinweisen, der ihm vielleicht nicht bekannt ist. Eric John Phelps, ein Autor, ein amerikanischer Autor des Buches Vatican Assassins Wounded in the House of My Friend, ein 1863 Seiten schweres Werk über die Jesuiten und ihre Machenschaften, über die Hintergründe der Ermordung von John F. Kennedy und so weiter, hat 13 Bücher genannt, die er gebraucht hat, hauptsächlich für seine Untersuchungen, um sein Buch schreiben zu können. Und eins der 13 Bücher war diese Arbeit von Karl Theodor Griesinger. Beide Werke. Falls Michael das nicht bekannt war und euch das auch nicht bekannt war, dann teile ich das hiermit mit. Und dieses Werk ist ein absolutes Standardwerk für Menschen, die sich mit der Untersuchung des Jesuitenordens beschäftigen. Und das, der Griesinger kriegt von daher sehr viel Anerkennung. Aber wie das meistens ist, meistens mit den Leuten ist, Jesus Christus hat schon gesagt, ein Prophet ist am wenigsten wert in seinem eigenen Land. So ein Schriftsteller wie Karl Theodor Griesinger, was er angezettelt hat, was er geschrieben hat, wird am wenigsten geschätzt in Deutschland selber. Oftmals kommt das aus dem Ausland wieder raus oder aus dem Ausland wieder rein in das Land. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Lesung dafür in Deutschland beitragen, dass einige Leute sich mehr nicht mit Theodor Griesinger beschäftigen werden, aber mit den Fakten über die Jesuiten, die er in diesen zwei Bänden auf knapp 800 Seiten im Total genannt hat. Und wer dieses Buch der Jesuiten nicht liest, der sollte, genau wie Michael gerade gesagt hat, zumindest seine Bibel lesen. Lest eure Bibel. Maranatha. Maranatha. Untertitelung des ZDF, 2020